Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich hier kurz die MoMA 99 Pro Batterie vorstellen, die insbesondere für, ich sag mal, Videoaufnahmen interessant ist, aber auch als Powerbank zum Mitnehmen auf Reisen und so weiter sicherlich eine Überlegung wert sein wird. 99 im Namen heißt, dass dieses Teil hat 99 Wattstunden, also schon, ja, ich sag mal, relativ viel. Man darf sie, soweit ich weiß, aber noch im Flugzeug mitnehmen, deswegen unter 100 Wattstunden ist da sie Grenze und deswegen gibt es auch relativ viele Batterien oder Akku-Packs, die eben 99 Wattstunden bieten. Und die ist eine Weiterentwicklung von der hier, das ist die MoMA 99. Sie ist ein bisschen größer geworden, hat die gleiche Kapazität, 14,4 Volt und 6875 Milliampere Stunden, was dann eben diese 99 Wattstunden ergibt und hat zwei Neuerungen. Was gleich geblieben ist, sind die zwei D-Tab-Anschlüsse, also das sind diese typischen Anschlüsse hier und die hat sie einmal auf der Seite, einmal auf der Seite, dann kann man die auch in den V-Mount-Anschluss reinstecken, also da sind dann hier unten so Kontakte, das ist dann eher bei größeren Camcordern zum Beispiel der Fall, die nutzen häufig solche Batterien, da kann man sie also verwenden oder eben wie ich es jetzt zum Beispiel gerade einblende, ich habe das dann mit Adapterkabeln über das D-Tab direkt in meine GH5S rein oder auch in die S52 rein, da gibt es so Akku-Dummies, ich verlinke das mal in der Videobeschreibung, die dann eben diesen D-Tab-Anschluss nutzen und dann die Kamera mit Strom versorgen können und in meinem Fall auch noch den Monitor mit Strom versorgen können. So, die zwei Neuerungen gegenüber der alten Batterie sind einmal ein neues Display und zwar kann man jetzt da einfach draufdrücken und dann sieht man verschiedene Informationen, ja da sieht man den Akkustand, man sieht welche Spannung die Batterie gerade hat und welcher Stromverbrauch gerade anliegt und aus dem Stromverbrauch und der Kapazität errechnet der Akku dann auch noch wie lange bei aktueller Kapazität beziehungsweise bei aktuellem Strombedarf das Ganze noch hält, ich zeige das auch nebenher nochmal kurz im Video, also ich könnte jetzt zum Beispiel meine Kombination da sechs Stunden betreiben mit fast vollem Akku, ja wenn er ganz voll ist vielleicht knapp sieben Stunden dann, was natürlich schon eine enorme Laufzeit dann ist für einen Monitor, für eine Kamera zusammen und das finde ich sehr sehr praktisch, also ich benutze das hier, habe ich ja schon mal vorgestellt die Batterie und die benutze ich seitdem nur noch zum Filmen, weil es einfach viel praktischer ist. Ja, einmal wie gesagt das Display mit dieser Anzeige, das finde ich sehr sehr gut und die noch viel bessere Neuigkeit ist, dass wir hier jetzt statt zweimal USB-A haben wir jetzt hier auch noch einen USB-A und einen USB-C Port und über den USB-C Port kann man diese Batterie beziehungsweise diesen Akku jetzt auch laden, was ich sehr sehr gut finde, bisher musste man das auch mit so einem D-Tab Ladegerät machen, das braucht man jetzt also nicht mehr, sondern kann den Akku hier direkt über USB-C laden und er kann auch über USB-C natürlich entsprechend Strom rausgeben und deswegen kann man das Teil auch super als Powerbank zum Beispiel im Urlaub verwenden oder oder oder. Da ist es auf jeden Fall bei mir jetzt auch immer dabei, das reicht auch um ein großes iPad zu laden locker aus oder auch mal den Laptop nochmal nachzuladen, da wird es nicht ganz ausreichend von der Kapazität her bei größeren Laptops um den voll zu laden, aber man hat auf jeden Fall nochmal deutlich Energie sozusagen, wenn man mal etwas länger vom Strom abgeschirmt ist. Das Ganze lädt dann auch wieder sehr sehr flott auf und kann dann wieder verwendet werden, also wie gesagt über USB-C finde ich das sehr sehr praktisch und eben nicht nur wie früher sozusagen bei der alten Version über den D-Tab Anschluss. Das geht natürlich weiterhin darüber zu laden, aber jetzt hat man eben auch die Möglichkeit USB-C. Ja, ich verlinke dir das Teil auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung. Ich habe den Vorgänger wie gesagt sehr lange verwendet und verwende jetzt den Nachfolger genauso gerne beziehungsweise verwende die beiden jetzt natürlich parallel, kann ich einfach den Dinger tauschen und den anderen aufladen, auch sehr sehr praktisch. Ich verlinke es in der Videobeschreibung, preislich sind wir gerade, gibt es ein Angebot, 20% Rabatt, dann liegt man bei 160 Euro, das ist natürlich schon eine Stange Geld, aber es ist auch ein vielseitiges Teil und hat auch wie gesagt eine relativ hohe Kapazität, von dem her ist der Preis schon gerechtfertigt. Ja, in diesem Sinne gerne, wenn du auch solche Akku-Packs verwendest, auch kurz in die Videobeschreibung schreiben, wenn du Erfahrungen damit hast, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!